HE in der Mitte, besparen! Ah, Disco! Ich hab nur noch 17 HP. Ich hab nur noch 17 HP. Okay, ich hör auf. Also, du hast gewonnen. Ähm... Juhu! Komm, Arbo in den Kampf! Komm in den Ring! Sei ein Mann! Komm in den Ring! Komm, Aldo! 3, 2, 1... Ich bin drin! Redel-Man! Neu-Folge von... Ja. Okay, wir hätten uns uns jetzt Arendee weg machen können. Das haotti der tausenden Türen, oder wat? Boah, sieht das hier billig aus! Weißt du, voll billig hier hin und hier vorne voll geil. ich will mich boxen ich will mich boxen kommt du körper kampf ja mal hier so hier immer ein tag team okay ich ja 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 auch nicht so nein warum ist es glaube drastron ist es lief eben über den ring darum ist es nicht du das das verstehe ich jetzt nicht ja ich auch nicht wer lebt mir lebt denn jetzt gerade eigentlich noch ich weiß es nicht keine ahnung also also ich glaube es wenn es ist und er macht jetzt irgendwie so einer fake scheiße mit uns gleich aufs nehmen kann so wie gerade bei josh wie meinst du einfach gar nicht geredet hat ja genau genau ungefähr so ja wenn ich gut vorstellen ja ich mir auch deswegen ja oder du bist es und du sitzt da irgendwo dein traitor room und wie frech junge wie sollst du mich einfach abgeschossen was war das denn eigentlich was wird das für eine disco man ich wollte einfach so ein kack in die füße und dann wer schmisch und dann war ich habe auch nicht geschossen wenn ich die wenn es leuchtet immer weil das sah halt so aus als ob du uns von oben mit der disco da beschmissen hast du ja ich habe doch gesagt einer ist gestorben ja weil wir wollen gar kämpfen mit der crowbar ich will nicht bevor noch eine disco geflohen kommt aber es werden muss kamelonen zerschießen schade ich hätte noch mal so gemacht auf der map gibt es auch einen koffer und mit dem koffer kann man den traitor tester aktivieren der koffer der ist in der mitte vom regen oben den habe ich versucht drunter zu ballern und ich bin zu dick ich kann nicht durch die reinlaufen ja ok ich habe die tatsache ich gebe auch ich gebe auch rein weg du sau ja wir haben sie gezeigt wir haben sie gezeigt hier muss der koffer rein da muss der koffer rein bist du traiter deswegen den crowbar typen vor mir habe ich das wo bist du ich war auch ich hab mir die doch kampf gemacht ich wollte einfach blöd links die thomas lokomotiven schießen ich hab mir vertraut ich war völlig unbewaffnet ja ich hab ich hab euch ja extra nicht da während des ringkampfes das ist auch so ich hatte nur eine stelle gesucht kann ja 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 dass man nicht einfach in gegenstände reinkommt irgendwas fehlt da wahrscheinlich beim server oder was weil du ich fordere da will jemanden ja ohne tech team diesmal ich wollte sagen das ist mein mann schauen gehen ja vertraut aber auch sie gucken alle zu den stellen sie nacheinander war ein headshot mit der krober ich habe doch ich kann nicht was sie gerade ich gucke diese an weil witzig ist herausgefunden schon mal auf das mich dadurch ich möchte ich möchte hier durch eine von euch zwei muss mich erschließen ich hab bild alter irgendwer hatte plasma kanal auf mich geworfen irgendjemand muss mich erschießen ich erschieß dich nicht ja also ich würde ja ich mache nur durch zu kommen ob man mir dann glaubt dass ich ihnen das ist die andere frage ja vielleicht bin ich gerade dem traiter shop ja 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 ich mach mich auch zum traiter los ok mach ich weiß wer ist wollte ich mich durchgeflogen nicht immer die muss man auch ein bisschen der abstand glaube ich will das soll und wer ihr habt alle säure schaut gerne ich komme mit meiner scheiß ich finde keine ich bin so dick dafür ja alter nicht in den keller springen nur mit der shop ganz ohne dass ich jetzt schon wieder bilden wieder bilden wir machen wir töten einfach zwei so genau das ist wie mir jeder zustimmt es war nicht mein name also bin ich dafür wow wow dieser kippe war beretz oder beretz wir haben zwar bei den schalldämpfer drauf aber die ja die mail geworfen janik ich habe dir was mitgebracht ich gehe mal janik besuchen das war mir klar das erst mal weil ich hab mir eine person auf ihn geschossen er guckt mich nur an da 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 wieso steht da einer hinter mir mann ich bin von oben runter gesprungen oh Junge weil wir zu viert in einem raum waren einer geht runter du tötest einen da muss doch ein zweiter mit dir in dem raum sein ich hab nur zwei gesehen ich hab nur zwei gesehen ja die ganze zeit hinter dir gestanden das ist ist eine selbst wenn es ist wenn es ist wenn es ist weil du lügst er hat eingestellt dass ich niemals trete war wach und du bist sicher dass du es nie eingestellt hat dass ich nie traiter sein kann ganz sicher also dass ich ja nicht weil du das jetzt so sagt glaube ich ja dass du das bist ich stehe neben dir bei vielen leuten sagt genau das war das war das war das was du redet nicht abschließend ist warum soll ich auch reden wenn da drei stück bei ja weil reden ist als ich dafür dass du bist also nicht reden also wenn du nicht redest geschossen junge 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 du bewegst du kannst du alles aufgaben ja wie mache ich auch die toten gefunden was weil du es tot da drüben ist einer grad lang gelaufen da an dem exit okay wir tun erst mir kotöten mit mikro das nicht ist da kippe jahres wenn dann lass mich nachladen ich habe mich erschrocken extra noch am ende dann einfach daneben geschossen weil ich dachte nicht mal gucken wie er reagiert Sie geht berechtigt in mich Bis zum nächsten Mal Leute, haut rein Tschüss Tschüss Tschau Tschüss